hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ob ihr glück oder können richtig wenn es wenn wir spielen mal wieder rubber band das ist eigentlich das zweite video aber egal ja ich bin leider immer noch erkältet aber ich muss mal wieder videos brichter freitag samtstag kein video gebracht deswegen heute am sonntag gibt es hier die videos ja und wir starten rubber band jetzt ich glaube ich nehme wieder diesen club modus da ich habe keine ahnung welcher das war aber wir starten mal sehen uns im game cool wir können monien aussuchen das kenne ich noch gar nicht bin mit drin reingeworfen worden sehr schön man kann verschiedene modien wählen finde ich ja nice dann kommen mit der abi spielt den klassischen modus glaube ich dann kommen mit der meisten beute okay cool ich habe keine ahnung aber eben das kriegen wir schon hin du hast ja ein bisschen weiter sind letztlich aber gut okay dass im museum die beute müssen wir klauen eingang ja beute fluchtweg versperrt ist hier was versteckt okay cool nice wo bin ich hier bin ich ja meinst das geht okay wir müssen aber hier soll irgendwas versteckt sein so werfen war jungen verbildet okay das war nicht so gut wie machen die tür und das sind die bullen glaube ich an und weiß nein mein geld ach nee das noch mitspieler nice ach so jaja 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 j mann ihr kriegt das geld ich habe mich in ruhe ich muss da reihe warte mal gebläse nein mein geld oh man sollte mal gucken wie die tür aufgeht danke 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 nein habe ich nicht ich mache etwas falsch man kann sogar festhalten okay ich mache gerade als das falsch egal 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 ich nehme das geld mit hier hier ist besser als gar nichts wie es besser als gar nichts wie es besser als gar nicht dass die anderen sich um das meiste geld kloppen ich habe viel gesagt ich habe jetzt das pulle wieder eine polizist entschuldigung ja ich hab ja noch jetzt festnehmen oh yes ich darf die anderen tasern wenn mein taser wieder ohne der hat das ganze geld mann der sieger ist dabei ich habe geld mitgenommen mir erzählt jetzt erstmal nicht die meisten points aber das ist doch wenn man so reingeworfen wird ich hoffe wir fangen jetzt von vorne an ich hab's ich habe keine ahnung wir machen wie bei diesem wer kommt mit mehr geld modus das dürfen wir nicht aktivieren luchtweg ok cool ja ich glaube es geht von vorne los ich war gerade eine runde reingeworfen worden und ich glaube die runde ist wende und wir beginnen von vorn oh cool danke nein ich bin hier ganz im rand das gibt's doch nicht ich will nicht schlagen hallo ok die runde werde ich verlieren und über das geld gespawnt ihr okay hier ist noch mehr geld hier ist nicht nein 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 man das gibt es doch nicht mein geld brauche was zum werfen am an die entkommen was gibt es dadurch nein ich denke das gibt lesen nein nein mein gott ich habe zwei ab das besser als gar nichts und bevor es kommt meine güte das war das denn gerade also ich glaube das ist runde eins ich bin mir nicht sicher weil das sagt so aus nach zwei runden spielen als wäre es zu ende und wir gehen jetzt wieder neu also 25 runden ich habe keine ahnung ich bin auch polizist baby wir täglich naja zwei punkte das hat gar nichts scheiß ich habe gar nicht drauf aufgefasst ja er hat keine beute bekommen sehr schön dich wieder da drei plus und besser als gar nicht ja es neue runde es beginnt von vorne sehr schön und es gibt es 21 glaube ich ja okay kein problem okay raub entkommen mit der meisten beute also gibt verschiedene spieler wurden in sechs stück nicht geil und scheiß ich habe lieber diesen club modus gehabt eine letzte überlebt aber egal aha 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 wirklich nur drei leute ich kann nicht steuern hallo alter ist das geil ich bin natürlich nur zu blöd für manche aktion nein nein sie haben das geld ein türen auf nein 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 mach keine points war keine points wo das geld ist da unten egal du musst dann uns vorbeikommen ja nein auch nicht auf mich ich habe nur ein super ehrlich jetzt so gut die haben die knacken freigeschaltet also ich bleibe hier und jeder der kommt die dann auf dem deckel sie müssen ja hier durch sie müssen hier durch und jeder der durch will warum schießt ja ich auf mich ja gut ich habe ja meinen plan nein mein schlag mein schlag instrument nein okay ich mich mal ein also ich bin dran vorbeigesprungen ja ich hau mir den letzten beiden ab schaffe ich das bevor die polizei kommt nein ey komm schon das so zielgenau kannst du gar nicht werfen so zielgenau kannst du nicht werfen okay die polizei kommt ich hau mal ab ey wie ich mir festgenommen worden ich wollte wieder kloppen oh man die runde ist doof ach ja er kommt mit zwei kommen schon ehrlich naja auf jeden fall warum nicht die trotzdem 5 dollar als derselbe raub modus ich möchte mal prügeln ok hier ist der eingang wollte hier drin ja ja da oben auch ja und fluchtweg sehr schön die tür ist auf ich merke ich brenne hallo naja zwei ist besser als null und der andere bleibt da unten wird von den räuber gefangen wir haben neue mitspieler sehr schön jetzt kommen wir genau zwei räumende scheiße da habe ich gar nicht dran gedacht er kann so ja kann auch zwei wir sind die bullen nein so das sind haben wir jetzt geteilt hat man reingeschubst ich habe gar nichts gepeilt gerade der letzte gewinn ich hoffe das ist der modus mein modus oder ausgewählt ja das sollte mit den drei leben monat ja genau die modus jeden fall ich meiner man kommt ja man war das gibt es doch nicht ehrlich warum ich ich habe noch besser gefeilt als die ich habe als traur kommen was das mit dem kanal deckel war das mit dem kanal deckel da kommt schon du hast eine leichte chance er nur eine herz machen fertig ninja was überfahren worden ok ok die luft dort sporn ok hat die karte zwei lkw ist zwei seiten nur drei spiele ach so ok ich habe hier auch als das denn jo ich will wieder drauf was jetzt los nein alter man kann nicht so präzise werfen ja aber irgendwie ist schon cool mit den verschiedenen modien ich feiere das game nein 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 er hat sich selber gekillt ne er hat nur ein leben ich bin raus ey oh scheiße rabbi bandits feiere ich total finde ich total cool ist ein richtig nices game die verschiedenen spielmodien in der zeit sind sechs stück zur zeit ist schon cool und er hat gewonnen ich kriege gar keine punkte mehr hä wie ich bin raus wo bin ich wieso kriege ich keine punkte roll der letzte gewinnt wieder kloppen kloppen modus ja also beim ersten video war ich besser irgendwie sind jetzt meine mitspieler viel besser aber ich habe auch seitdem nicht mehr gespielt also mit der sache wollte man ruhig mal machen der ist afg ninja ist afg aber es ist nicht der mit den meisten punkten ja jetzt ist die versuche auch ab kala zu hauen aus dem fenster aus und sind die beide afg auch komm schon hängen so ein bisschen gerade ok was ein komischer modus irgendwie sind die beiden afg aber wir haben keine internet verbindung der schöner modus netzwerk probleme überprüft der netzwerk ja sehr schön ja glaube ich nein noch mal kaputt weil irgendwie sind wir nur noch zwei leute beziehungsweise gleich noch einer ja ist sehr schön irgendwie internet probleme sehr sehr schön er hat wieder internet und ich bin runtergefallen die steuerung war irgendwie beim ersten video einfacher glaube ich kumpel bewegt sich in den letzten schlag mit der brechschlange der sieger ist wie der sieger ist was ok ok also der hat das spiel gewonnen weil die meisten punkte hat ich bin zweiter das war's mit dem spiel ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche einen schönen tag einen guten morgen und einen noch besseren abend ich bin hier mit raus bisis bisis